Seilstraf? Seit wann zieht denn das so doll an? Seilstraf. Gut, gut. Harry, wenn ich jetzt gleich das Kommando fertig gebe, dann wird das Seil ziehen und du gehst mit dem Seilzug einfach mit. Und du rennst mit dem Seil so schnell du kannst, okay? Das zieht gleich und du rennst dann einfach immer mit. Fertig. Gut, Harry, geh mal mit. Ziehen. Laufen, laufen, laufen. Start. Gut, du kannst auch wenn du rennst. Sitzt du schon hinten? Gut. Wir fliegen. Genießt die Aussicht. T Gasien. Tv what's up? Tv weisst. Tv weisst. Und zwar hat mannest. Of course. Und zwar. 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 juhu es geht immer höher wir fliegen jetzt bis wir da oben vorne bei der winde sind fühlst du dich wohl oder bist du ein bisschen hast du ein bisschen angst alles gut wir haben schöne höhe wir sind jetzt ungefähr 250 meter hoch schätze ich so wir werden jetzt gleich der seilzug wird jetzt weg gehen der hört gleich auf sie mal an dem roten griff gut prima wir fliegen frei das war es wir fliegen jetzt ist ruhiger hier oben ein bisschen kühler als unten oder gefällt es dir ich bin sehr gerne hier oben das ist die aussicht über das flache land man kann weit gucken ungefähr da vorne vor uns irgendwo ist hannover und da links vorne irgendwo ist braunschweig kannst du später mal schauen aber ist ruhig hier oben man kann das genießen oder möchtest du lieber ruhig und nur die aussicht genießen oder möchtest du auch ein wenig action genießen ok und gleich landen wir wieder dann musst du zum landen die füße hoch nehmen einfach nach vorne die füße hoch strecken ok hast du das verstanden ja gut 32 kmh 100 meter minus 2,5 meter pro sekunde uhrzeit 14 42 uhrzeit 4 uhrzeit 4 uhr 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 prima prima wie war das ist toll oder das war sehr sehr gut bisschen kurz aber gut du hast prima mitgemacht was sagt er hier vier minuten machen wir den rechten arm kurz hoch dann kann ich das hier ab machen und du kannst dann gleich schon mit dem ganzen gut sich einfach zur seite weg rollen ich mache dich hier noch los du bist frei du kannst einfach zur seite weg prima prima gratuliere zum ersten flug wie fühlst du dich? Satish der kommt auch wie fühlst du dich nach dem ersten flug? sehr gut würdest du noch mal mitfliegen wollen? sehr gerne machen wir